Mehlspeise Kehnt ich so ein Mehlspeise kriegen, lass ich alle stehen und liegen, denn auf die bin ich direkt erpickt. Pobidl Tatschkern aus der schönen Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei, denn so ein Tatschkern, so ein Pobidales, das ist doch wirklich etwas Pyramidonales. Und immer denk ich, wenn ich Bojena erblick, Pobidl Tatschkern, Tatschkern ist das einer höchste Glick. Mittags bin ich bei der Mitzel eingeladen auf ein Schnitzel und dazu Salat mit Mayonnaise. Und nach einer kleinen Pause gibt's bei Margit eine Jause, Speck mit Paprika und Stickelkäse. Gleich darauf um sechs Uhr Zähne esse ich bei der Schönen Helene ein Stück Gansl und ein Schweinskarree. Doch wenn dann um halber acht mir Bojena die Tiere aufmacht, was glauben sie, was ich da als erstes seh? Denn so ein Tatschkern, so ein Pobidales, das ist doch wirklich etwas Pyramidonales. Und immer denk ich, wenn ich Bojena erblick, Pobidl Tatschkern, Tatschkern ist das allerhechste Glick. Strimpfe haben wir jetzt aus Nylon, der Fienfurde kommt aus Ceylon und das seichte Tief von den Azoren. USA schickt Zigaretten, Frankreich freie Kabinetten, Ungarn statt Salami, Gladiatoren. Francohaus kriegen wir aus Spanien, Diktaturen statt Kastanien und Norwegen schickt die Silber fix. Doch das Beste kommt entschieden aus dem Land der Pschemis lieben, alles andere ist dagegen nix. Pobidl Tatschkern aus der Schelen, Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei. Denn so ein Tatschkern, so ein Pobidales, das ist doch wirklich etwas Pyramidonales. Und immer denk ich, wenn ich Bojena erblick, Pobidl Tatschkern, Tatschkern ist das allerhechste Glick.